Statt Nummer 32, Raphael Götz, New Fitness World Fanspair, die Statt Nummer 45, Lukas Zimmer, die Statt Nummer 6, Christian Friedhoff, Eddich Fitness, Augsburg, Statt Nummer 61, Leon Hermann Borden, OPEC Gym, Mainz, Statt Nummer 62, Thorsten Caster, V3 Gym, Kai Slauchern, Statt Nummer 63, Stefan Modera, JB Personal Fitness, Augsburg, Statt Nummer 64, Alexander Petley, Topfit Sports & Wellness, Statt Nummer 66, Artyom Richard, Vitalis Hage, Statt Nummer 67, Robert Schneider, Race Fitness Club, Philipp Statt Nummer 68, ist aber noch nicht da, gut, Start Nummer 69, Ju Tyagi, Start Nummer 74, Morat Bietz, Statt Nummer 68, Morat Bietz. Super, Morat! Jawohl! Wir müssen leider die Teilnehmer, Stand Nummer 68, jetzt durchstreichen, weil wir jetzt mit den Vergleichen beginnen. Heddo, was sagst du? Wenn er beim ersten vergleicht, beim Pflichtverteidigung, ist er raus. Jetzt haben wir die numerischen, wenn er nicht mehr kommt, ist er weg. Okay. Jetzt haben wir noch die numerische Begleichung. 6-5. Ja. Lässt, mach mal auf! Ja, genau, halt! Ja, genau, halt! Komm, komm mal! Jawohl! Jawohl! So, super, ja! So, super, ja! Ja, genau! Ruhig, schönen Aufbau! Komm! Lässt! So, mein Ding! So, ich steh! Toppel 1 jetzt! Toppel 1 jetzt! So, ich steh! Du bist der Batterie auf! Ja! Jawohl! Jawohl! Ja! Ja! Sehr gut! Ja! Sehr gut! Ja! 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 Aufbau, schneller, komm! Olga, hinter! Geil! Super, Chris! Schneller, komm! Hinter, hinter, ja! Und Mitte! Dreh, dreh, dreh! Luft raus! Komm! Schneller, komm! Luft raus! Warte! 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 Sehr aufbau, komm! Super, Stefan! Da war ich nicht ganz! Füß! Sehr stehend, komm! 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 Ja! Ich hab nach dem Bein aufbauen! Ufer, Vollgas! Beine! Koffeln, bisschen! Ja! So ein Lächeln! Koffeln, bisschen! Beine! Ufer auf die Beine! Beine, Ritter! Beine! Beine! Ja! Bisschen vor! Sehr gut! Bisschen vor! Sehr gut! Bisschen vor! Sehr gut! Warte, die Beine, Ritter! Raus! 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 AST! Mach mich frei! Tempo! Raus! Raus! Jawoll! Raus! Beine! Beine schließen! Beine schließen, Beine schließen, Beine komplett schließen, bitte. Seitliche Blitzertrohung. Bauch rein. Von vorne, Bauch und Beine. Beine anspannen, gewonnen. Wir kommen jetzt zum ersten Pflichtvergleich der Kampfrichter. Die Startnummer 40 und die 68 immer noch nicht raus. Bitte an die Kampfrichter jetzt aus der Wertung rausnehmen. An die Rechner bitte auch die Startnummer 40 und 68 aus der Wertung rausnehmen. Also 40 und 68 ist raus. Wir kommen zum ersten Vergleich. Die Startnummer 60. Super! 62, 63, 64 und 69. Jawoll! Und die Startnummer 74. Die Startnummer 40. Und die Startnummer 60. Beide Stetten, eine. Halt! Ein bisschen mehr Spannung in die Brüste und Oberkörper. Wichtiges bisschen mehr Aufbau. Auf mich groß machen. Jetzt, komm! Beine anspannen. Tempo, Tempo auch. Guck auf die Brust. Schön, einfach. Jawohl, super. Mehr als Wohlkreuz. Hinteranspitz. Los bleiben. Sehr gut, Murat. Bauch rein. Druck auf den Arm. Zu mir, zu mir. Ja, bleibt so. Und vorne, Bauch und Beine. Und schön. Halt den Bauch. Und weiter. Viel Dank, bitte. Links zurücktreten. Die restlichen Starter noch vorne, bitte. Kämpfen. Und drehen. Robert, jetzt noch mal alles geben. Aufbauen, ja. Doppelbizeps. Doppelbizeps. Komm nach vorne. Beine. Sehr gut. Ja. Luka, ein bisschen leuchten. Komm nach vorne. Wernen. Zuistlezip. Arme. Marsch ist groß. Richtig, überste Wink Mega. Bleude. Gas. Ganz im Gesinn. Mach dich schön breit, Robert. Beine. Ruf raus, Robert. Rauch. Und schön zeigen, Beine. Zeigst dir den, ja. Vielen Dank, bitte noch mal die komplette Klasse nach vorne. Das war die Vorentscheidung der Kategorie Newcomer Bodybuilding über 80 Kilo. Und komm dich schön nach vorne, zeigst dir. Ich bin die Hände in der Bühne bereit für die Bekanntgabe der Finalisten. Vielen Dank. Ruf raus. Dankeschön.